Hallo, mein Name ist Jonas Vollmer. Ich bin Listenkandidat bei der Partei Bündnis Grundeinkommen. Wir setzen uns für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein. Denn nur so ist auch Artikel 2 des Grundgesetzes erfüllbar, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Und das ist ein entsprechend wichtiger Punkt, den es, denke ich, gilt zu erfüllen. Und auch Jean-Jacques Rousseau hat schon gesagt, die Freiheit liegt nicht darin zu tun, was man will, sondern das, was man nicht will, nicht tun zu müssen. Und ich denke, dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür sollten wir auch den Wahlzettel in Baden-Württemberg und bundesweit zur Bundestagswahl 2017. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.